Der Ruf der Nations League ist sowieso nicht der allerbeste und nun in der aktuellen Situation noch ein weiteres Mal zu hinterfragen, ob es so sinnvoll ist, vor dem Saisonstart in den Klubs hier die Teams noch einmal durchzuwirbeln. Aber es stand eben auf dem Plan, das Spiel Deutschland gegen Spanien in der Nations League am ersten Spieltag. Spanien durchaus gut aufgestellt, Deutschland verzichtete weitestgehend auf die Finalisten des FC Bayern München, Niklas Süle aber trotzdem in der Innenverteidigung mit dabei. Spielte ja in der Champions League am Ende eine nicht mehr so große Rolle. Er hier aber vom BVB war dabei, er konnte sich ausruhen, hat die Vorbereitung jetzt nochmal mitgemacht und Deutschland machte das in den weißen Trikots durchaus gut. Emre Can legt einmal quer zu Toni Kroos, der ist lange im Ballbesitz. Spanien kommt nicht nach und Brandt wird mal nach vorne geschickt, kommt dann einen Schritt zu spät. De Gea ist aufmerksam und schmeißt sich auf den Ball, bevor Julian Brandt die Fußspitze dran bekommt. Die deutsche Nationalmannschaft war hier wirklich komplett spielbestimmt. Von Spanien kam wenig hier im Stuttgarter Stadion in der Mercedes-Benz Arena. Nakai Havertz jetzt mit der ersten richtig guten Möglichkeit, kommt da dann aber auch nur mit dem rechten Fuß zum Abschluss. Der ist nicht schlecht, aber auch nicht gut genug für De Gea, der den dann sogar festhält. Thiago, im Gegensatz zu den meisten Spielern der Münchner, war dann wieder dabei nach dem Triumph im Champions League Finale. Hier auf der 6, ein extrem wichtiger Mann in der Zentrale der Spanier, Rodri. Sergio Busquets machte zuletzt einen etwas schwächelnden Eindruck. Hier immerhin schaltet er sich nach vorne ein, zwingt Kevin Trapp zum ersten Eingreifen, auch wenn der Ball daneben gegangen wäre. Wichtig für Kevin Trapp, dass er sich hier mal zeigen kann. Neuer wird geschont. Und Marc-André Ter Stegen musste sich einer Operation unterziehen. Dementsprechend Baumann, Trapp und Oliver Baumann dabei. Auf der anderen Seite wurde es dann aber wieder für den Torhüter der Spanier knifflig. Julian Brandt, gefährlicher Kopfball im kurzen Eck. Der Rea dann da muss den Ball auch halten, wehrt ihn zum Eckstoß ab. Und den schauen wir uns auch an. Toni Kroos legt sich den Ball zurecht. Bringt ihn rein von der rechten Seite. Kai Havertz, nächster Abschluss der Rea, nächste Parade. Konnte man schon fast ein wenig als ein Privatduell bezeichnen. Es war wirklich stark, was Deutschland hier spielte. Von Spanien nach vorne noch etwas enttäuschend. Aber sie kam noch einmal kurz vor der Pause in die Spitze. Thiago legt quer zu Serge Busquets. Rodrigo, Asensio, Rodrigo dann rausgelegt auf Cavajal. Der rechte Verteidiger mit aufgerückt, stand dann aber im Abseits. So ging es dann ohne einen Treffer in die Pause. War kein sonderlich spektakuläres Fußballspiel. Trotzdem konnte man sich das anschauen und vernünftigen Fußball zu Gesicht bekommen. 0 zu 0 aber trotzdem ein etwas eher enttäuschendes Ergebnis. Man möchte hier in dieser Nations League aber logischerweise auch keine Fehler machen. Die werden dann schnell und teuer bestraft. Zweiter Durchgang ging dann für die in Rot gekleideten Spanier weiter. Und zwar in besserem Format. Zwar ist Deutschland hier erst dazwischen. Trotzdem bleibt Spanien dran und Kevin Trapp, der Frankfurter Keeper, zeigt sich mal hier. Werbung machen für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. So kann es durchaus funktionieren. Aber Spanien blieb jetzt dran. Zehn Minuten im zweiten Abschnitt gegangen. Deutschland bekommt die Folgen der Ecke nicht richtig geklärt, weil sie auch nicht rausrücken. Und dann dürfen sie fast am 16er stehen bleiben. Zu 4 zu 5. Thiago da mit dem schönen Pass zu Oya Sabay. Kommt gegen Kehra nicht durch. Thiago aber behält die Übersicht. Da ist Rodrigo. Nicht im Abseits. 1 zu 0 für Spanien. 58. Minute. Das ging jetzt im zweiten Durchgang auch in Ordnung. Da verlieren sie ihn aus den Augen. Und Kevin Trapp ist aus kurzer Distanz dann machtlos. Der Pass perfekt neben den Pfosten. Da konnte sich Löw ärgern. Man hätte hier nicht in Rückstand gehen müssen. Aber Spanien machte es jetzt weiterhin sehr gut. 20 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Und Deutschland kam nicht mehr richtig hier rein. Rodrigo. Querschläger von Thilo Kehra. Asensio wird da bald auf den Kopf gelegt. Aber da macht er dann zu wenig draus. Nicht einfach zu nehmen muss er vielleicht nochmal in die Mitte spielen. So wird es alles andere als brenzlig. Aber noch über 20 Minuten Zeit für Deutschland. Und sie hatten im ersten Durchgang gezeigt, wie es gegen Spanien funktionieren kann. Julian Brandt. Schöner Ball zu Sané. Aber auch eher minimal im Abseits. Das war schon eine kleine Achillesferse. Bei den Deutschen. Schlich sich immer wieder ein. Unnötig, weil sonst Großes draus hätte entstehen können. Aber sie ließen sich auch nicht nervös machen. Doch langsam ging die Zeit von der Uhr. Sané nochmal über die rechte Seite. Diesmal nicht im Abseits. Gutes Auge für Kehra. Julian Brandt. Scheitert an De Gea. Nochmal Julian Brandt. Und jetzt der Ausgleich. 15 Minuten vor dem Ende. Das 1 zu 1. Und das war dem Spielverlauf vollkommen entsprechend. De Gea erst noch stark mit dem Fuß. Verhindert da den Pass in die Mitte. Doch Brandt ist am wachsten. Am schnellsten. Am konzentriertesten. Und bringt den Ball dann über die leere Torlinie. Und Deutschland wollte jetzt mehr. Hier zu Hause. Kehra. Weiterschlag. Zu weit. Nicht erreichbar für Leroy Sané. Weißer selber. Das war nicht optimal. Ansonsten machte der rechte Verteidiger einen guten Job. Nachspielzeit. Konnte Deutschland den Lucky Punch setzen. Dafür sind sie durchaus bekannt. Ball raus zu Julian Brandt. Flanke mit dem Außenriss. Nicht schlecht. Havertz und Gosens. Da machte dann Spanien clever die Mitte dicht. Gosens dann bei seinem Länderspiel-Debüt. Aber im Abseits. Etwas glücklos in der Szene. Die letzte Aktion gehörte nochmal Spanien. Wurde dann aber von Süle und Co. geklärt. Es ging mit dem 1 zu 1 zu Ende. Ein vernünftiges Ergebnis. Am Ende wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber unter dem Strich nach einem Rückstand zurückgekommen. Und das ist für Deutschland in die Nations League durchaus ein solider Auftakt. Und da machen auf gesundheit.